Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 20 schnellen Fragen und 20 schnellen Antworten. Neben mir steht diesmal Daniel Klinger und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, oder Daniel? Los geht's. Also, mobil oder aussitzen? Mobil. Safety oder Inline-Montage? Spinner oder Multirig? Spinner. Havanna oder Bier? Havanna. Runde Bäuche oder Torpedos? Torpedos. Barrow oder Rucksack? Rucksack. Overnighter oder Long Session? Overnighter. Pink oder weiße Pop-Ups? Weiße Pop-Ups. Warfter oder Schneemann? Schneemann. Pizza oder Döner? Döner. Frankreich oder Deutschland? Deutschland. Payleg oder Public? Beides gut. Print oder Digital-Content konsumieren? Digital. Buch lesen oder Film gucken? Film gucken. Mais oder Tigernuss? Tigernuss. Boots angeln oder werfen? Werfen. Boilies pimpen oder nackig füttern? Nackig füttern. Sport oder Couch? Couch. Kanal oder See? Kanal. Single leben oder Family? Family. Alles klar, Daniel. Hau rein.